Hi Leute, heute geht es um das Thema Vergiftung, Entgiftung und heute habe ich ausnahmsweise mal eine Tafel hinter mir und kann da ein bisschen euch was mal zeigen. Und zwar Vergiftung, Entgiftung. Eigentlich ist es so, dass alles wirklich so einfach ist. Man kann es auf die einfachen Dinge herunterbrechen. Männlich, weiblich, Nulleneinsen, Technologien, moderne Technologien sind genau das gleiche. Der Computer, aus der Einfachheit heraus entsteht das Komplexe. Ein Computer nur aus Einsen und Nullen programmiert und am Ende entsteht dieses komplexe Gebilde und man nimmt es auf einem Bildschirm wahr und kann da was weiß ich für Programme ablaufen lassen. Aber auf das Einfache runtergebrochen, da möchte ich heute ein bisschen drauf eingehen, auf Vergiftung, Entgiftung. Und im Prinzip ist es immer nur so. Harmonie, Disharmonie, Gleichgewicht, Ungleichgewicht. Ja, Balance. Keine Balance. Disbalance. Ja, Krankheit, Gesundheit. Überlegt euch, wie viele Gesundheiten gibt es denn? Es gibt nur eine Gesundheit. Und es gibt nur eine Krankheit und alles andere dazwischen, das ist einfach nur ein Zwischending. Und bei Vergiftung und Entschlackung, wenn man den Körper reinigt, bei diesem Rohkostreinigungsweg, wenn man es so nennen mag, das ist einfach ein Prozess, um den Körper zu entgiften. Und da wollte ich heute mal ein bisschen drauf eingehen, ein bisschen genauer mit dem kleinen Vergleich. Und es geht eigentlich nur darum, dass man die Gifte schneller ausleitet, als wieder neue dazukommen. Und die Möglichkeit dem Körper auch gibt, sich zu erholen, sich zu regenerieren. Und daher kommt auch das, es gibt so viele Studien darüber, wenig Essen ist einfach das Effektivste. Die Leute, die wenig essen, die leben am längsten. Die Buddhisten, die essen einmal am Tag in ihren Klöstern eine vegane Mahlzeit normalerweise. Das geht natürlich jetzt immer mehr in die westliche Richtung, teilweise essen sie nur noch vegetarisch, teilweise dann zweimal am Tag und so weiter, aber ursprünglich einmal am Tag. Das, was sie von der Bevölkerung bekommen, veganes Essen so. Und dann hat der Körper am restlichen Tag noch Zeit, um sich für die Heilung, um die Heilung zu kümmern. Wenn er immer nur mit Verdauung beschäftigt ist, dann hat er keine Energie, um die Gifte wieder auszuschalten. Und es gibt halt mögliche Ventile, die der Körper nutzt, um die Gifte noch auszuschalten. Bei Kindern funktioniert es noch viel besser. Und dann, umso älter man wird, umso mehr Schlacken, umso mehr, wie man es halt nennen mag, umso mehr Gifte sammelt man im Körper an. Umso mehr kommt ein Disbalance. Und ja, man kann das ganz gut mit einem Fass vergleichen. Also wenn man hier, man hat hier ein Fass, okay, und dann ein Fass. Okay. Wir nehmen jetzt mal ein Fass an, wo ganz viele Ventile hat. Und das sind diese Ventile, das sind die verschiedenen Möglichkeiten vom Körper zu entgiften. So, hier habe ich mal ein ganz kleines Ventil. Hier habe ich ein großes Ventil. Ich habe hier noch, ja, ich habe hier zig verschiedene Ventile und eine Möglichkeit, den Körper zu entgiften. So, wenn wir geboren wären, dann haben wir vielleicht hier so einen Stand, dass ein paar Gifte im Körper sind, so von den Eltern weitergegeben, von Generationen davor. Aber das neue Leben wird eigentlich immer ziemlich gut geschützt und probiert, ja, noch ziemlich reinzuhalten. Und der Körper ist einfach noch nicht so vergiftet wie bei einem Erwachsenen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wenn man sich 20, 30 Jahre von Industriekost ernährt, dann, ja, dann steigen die Gifte hier in dem Fass immer mehr an. Und, ja, irgendwann, ne, kommt man halt hier mal zum ersten Ventil, so. Diese Ventile, damit kann man die Gifte halt auslassen, sag ich mal. Ein großes Entgiftungsorgan ist einfach die Haut zum Beispiel, so. Was man bei jedem in der Pubertät sieht, dass der Körper einfach nochmal, dem reicht es jetzt an Giften. Und der möchte alle Gifte dann in der Pubertät zum Beispiel nochmal ausscheiden über die Haut. Und dann bekommen die Leute Pickel und alles und, ja. Und danach, nach der Pubertät, irgendwann fängt es bei den Leuten auch an, dass sie irgendwann fett werden. Selbst die, die früher ihr ganzes Leben lang schlank waren und essen konnten, was sie wollten, so. Weil da fängt dann der Körper an, die Gifte immer mehr einzulagern. Vorher so, Pubertät, da hat man hier noch ein Ablassventil, da kann man hier noch ein bisschen Gifte rauslassen. Und genauso durch Sport eben über die Haut, ja, Haut ist einfach so ein gutes Entgiftungsorgan. Größte Oberfläche durch Sport, rausschwitzen, durch Bewegung, durch eben dann in der Pubertät probiert der Körper nochmal die Gifte halt über die Haut, über Pickel und alles Mögliche auszuscheiden. Das ist alles nur Entgiftung. Jede Krankheit ist im Prinzip Entgiftung. Und entweder geistig auch, das, ja, schließt sich immer, es ist beidseitig bedingt. Körperliche Symptome drücken sich im Geist genauso aus. Es ist egal. Und wenn man den Körper entgiftet, dann wird der Geist auch wesentlich klarer. Und jeder, der das, ja, seine Ernährung umgestellt hat, der merkt, wie das Denken einfacher funktioniert, wie er einfach klarer ist. Oder auch beim Fasten, wie man teilweise viel klarere Gedanken fassen kann. Und, ja, und dann kommen halt weitere Ventile, ne? Ja, irgendwann, am Anfang schafft er es halt nicht mehr dann durch die Haut, dann stopft er das ins Fettgewebe und so weiter. Oder andere Ventile können, ja, einfach Schnupfen sein. Oder das ist alles nur Schleimausscheidung und Entgiftung. Ja, mit dem Körper ist es zu viel, dann kriegt er wieder einen Schnupfen. Hängt dann wieder auch natürlich mit der Psyche zusammen. Wenn man dann die Nase voll hat, so, dann nimmt man sich eine Auszeit und dann kommt das Ganze halt raus. Und nach einer Krankheit fühlt man sich ja eigentlich immer besser, weil man eben wieder ein bisschen die Gifte losgewandt ist und dann wieder auf einem besseren Level ist. Und irgendwann setzen diese Ventile halt aus und dann verstopfen die und gehen kaputt und das Fass wird einfach nicht richtig behandelt. Und, ja, dann steigen die Gifte halt weiter an. Und das ist halt so das Normale. Ein Normalbürger denkt so, ja, jetzt taucht eine Krankheit auf, jetzt kommt ein Schnupfen, dabei will der Körper da einfach nur heilen. Jetzt kommt eine, ja, alles mögliche, es ist egal, jede Krankheit ist eine Heilung. Und wenn man die unterdrückt, dann stopft man das Ventil zu und dann werden die Gifte weiter im Körper eingelagert. Okay, man hat keine Symptome, aber die Krankheit ist ja nicht weg. Irgendwann sterben die Leute ja und dann kommen irgendwelche anderen Krankheiten. Es ist einfach nur der Ausgang, über den der Körper jetzt entgiften möchte, der ist verstopft. Der wird wieder zurückgedämmt durch eine neue Vergiftung, dann werden Medikamente genommen. Der Körper hat dann keine Chance mehr zu heilen, weil er eh mit den neuen Giften, die dann wieder dazukommen, beschäftigt ist. Und so sammelt sich das halt immer weiter an. Und ja, irgendwann ist das Fass halt am Überlaufen. Und dann geht es halt gegen Ende so. Und die Leute probieren dann immer noch das Fass, dann tun sie noch einen Deckel schön drauf und machen hier oben dicht. Und ja, dann irgendwann platzt das Fass. Und wenn man aber den Fass richtig behandelt, so Weinfässer, wenn man sich die anschaut, die lagern schön kühl im Keller bei einer gleichen Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur und so passt. Und dann liegen die da hunderte Jahre, tausende Jahre, keine Ahnung, wie lange die da lagern. Aber wenn man sie falsch behandelt, dann gehen die nach 50, 60 Jahren kaputt. Und mit dem Körper ist es genauso. Und man muss einfach schauen, dass man wieder mehr Gifte ausleitet, als man zu sich nimmt. Und wenn man jetzt... Und wenn man jetzt... Warte mal, ich fisch das mal kurz weg. Okay. Und wenn man jetzt... Okay. Und wenn man jetzt... Und wenn man sagen, wenn man jetzt... Das ist der Stand hier unten von dem Fass. Wo man es hin schafft, von der Entgiftung her. So viel Gifte hat man vielleicht noch im Körper, wenn man sich einigermaßen... Jetzt mal nur als Beispiel. Angenommen von Rohkost ernährt seit 10 Jahren. Und kleine Rohkost, Fasten, Einläufe. Einläufe ist eben auch so ein Mittel, um die Gifte einfach möglichst schnell rauszubekommen. Und... Ja... Mit Einläufen, Saunagängen kann man es rausbekommen. Das sind alles so mittel Basenbäder noch. Das ist eine super Sache, so... Ja. Oder im Meer Basenbäder machen einfach. Das zieht alles aus der Haut. Umso länger man badet, umso besser geht das. Das ist Wahnsinn, so... Ja. Man fühlt sich wie ein neuer Mensch dann an. Okay. Könnt ihr mal gerne ausprobieren. Basenbäder ein bisschen nachlesen. Könnt auch einfach ein paar Stunden ins Meer gehen, so. Nach einer dreiviertel Stunde, Stunde fängt es eigentlich an, dass man merkt, dass die Haut sich richtig öffnet. Und dann werden immer mehr Gifte rausgezogen. Und... So zwei Stunden sollte man eigentlich schon immer im Basenbad machen. Damit es schon einigermaßen gut in die Tiefe geht und richtig schön Gifte rauszieht. Manche machen das sechs, zwölf Stunden. Die schlafen in der Badewanne oder so. Genau. Könnt ihr euch mal ein bisschen informieren. Ist auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Sache. Und neben Einläufen so... Ja, ein sehr unwartes Mittel so. Einläufe ist halt noch das, wo am schnellsten, akutsten wirkt. Man hat Kopfschmerzen, macht ein Einläufen. Dann geht es wieder gut danach. Und ja. Wenn ich jetzt mal annehme. Hier. Und das ist jetzt... So einen Giftstand hat man jetzt in dem Fass, wenn man sich, sagen wir mal, hoher ernährt. Und wenn ich jetzt von der normalen Ernährung zum Beispiel komme. Also wenn ich mich vorher von Industriekost ernährt habe. Dann ist mein Fass ungefähr hier oben. Voll mit Giften so. Und umso mehr man seine Ernährung umstellt. Umso mehr öffnet man die Ventile. Also wenn ich jetzt hier überall Ventile habe. In meinem Fass. Und jetzt stelle ich meine Ernährung von Industriekost mit Fleisch, tierischen Produkten. Mit Weißmehl, Zucker, Industriesalz und dem ganzen Zeug. Plötzlich auf eine Rohkosternährung um. Und es gar nichts Verarbeitetes mehr. Und bin dann plötzlich irgendwie hier unten. Dann öffnen sich da alle Ventile. Und alle Gifte, die kommen auf einmal nochmal in den Blutkreislauf auch. Und dann kann es halt sein, dass man sich sau schlecht fühlt. Man fühlt sich schlapp. Der Körper braucht die Zeit zum Heilen. Und braucht viel mehr Schlaf. Und dann kann es sein, dass man sich teilweise nicht so gut fühlt in Phasen. Also sehr schlecht. Da kommt dann wirklich alles auf einmal hoch. Darum ist es einfach sinnvoll, das immer schrittweise zu machen. Dass der Körper erstmal einen Ventil öffnet. Und dann langsam eine Krankheit wieder eine alte Sache. Eine alte Körperschwäche nach der anderen ganz langsam wieder lösen kann. Ich habe selbst vor zehn Jahren oder zehn Jahren habe ich angefangen mit vegetarisch. Dann, ich weiß nicht, vier Jahre später vegan. Und jetzt, ja, dann hatte ich erst vier Jahre nochmal ungefähr normal vegan und immer mehr vollwertig gegessen. Also wenn man mal schaut, vielleicht vegetarisch. Je nachdem, wie man sich vegetarisch ernährt. Vegetarisch, vegan heißt nicht unbedingt gestrückt. Ich kann genauso, ja, Wodka und Gummibärchen und Süßigkeiten und alles mögliche vegan essen. Aber ich sage mal, also ich habe es auch auf einer einigermaßen vollwertigen veganen Stufe dann gemacht. Und vorher halt, ja, dann ist man hier halt vielleicht als Vegetarier. Dann können schon mal ein paar Sachen rausgehen. Der Körper kann wieder einigermaßen regenerieren. Und dann stellt man auch auf vegan um. Irgendwann ein, zwei Jahre später. Und dann geht das Ganze langsam. Und man kann wirklich da mitziehen, auch vom Bewusstsein her, dass die Entgiftung schön sanft stattfindet. Wenn das einfach dieser große Sprung hier ist, dann kommt hier alles auf einmal raus. Und hier könnt ihr euch vorstellen, jetzt nochmal unser Blutkreislauf. Und dann muss das alles nochmal durch. Und das muss alles nochmal durch euren Körper. Das wird vom Gewebe einfach nur gelöst. Und dann geht es erstmal wieder in den Körper rein, in den Blutkreislauf, in das ganze System. Und muss ausgeschieden werden über den Darm, über die Haut, über die Entgiftungsorgane, Leber, Niere. Und die sind dann völlig überlastet, wenn man so einen krassen Sprung hier wagt. Hier. Drum erst immer kleine Schritte machen. Hier erstmal auf vegetarisch umstellen. Dann vielleicht zwei Monate, drei Monate, ein halbes Jahr später vegan. Dann von vegan auf immer vollwertiger, immer unverarbeiteter umstellen. Man kann ja ruhig noch kochen. Aber dann macht man am Anfang, schaut man, dass man einen Vollkornreis nimmt, statt ein Weißmehl. Ja, halt ein, wo das Korn noch entfernt wird. Und dann wird man halt einfach immer einfacher. Man lässt die ganzen Ersatzprodukte, Tofu und Soja weg. Und die ganzen, ja, Milchdinger. Und dann wird man einfach, dann kann man es so machen, dass man mal entweder ein Frühstücksfasten einbaut. Das ist eine sehr sinnvolle Sache. Und dann mittags vielleicht Rohkost isst. Und, ja, und abends ganz normal vegan gekocht. Und das so langsam umstellt. Damit es ein langsamerer Prozess ist. Und hier nicht alles auf einmal hier ins Blut kommt. Und dann ist man einfach so vergiftet sonst. Und man schafft es gar nicht, die Gifte so schnell rauszubekommen. Da muss man unglaublich viel Einläufe machen. Hydro-Kolor-Therapie. Dann geht es. Aber, ja, man merkt es ja selber ganz gut, wie stark die Entgiftung wird. Also, umso krasser man die Ernährung umstellt, umso stärker ist normalerweise die Entgiftung. Es kann natürlich auch sein. Es gibt zum Beispiel Leute. Ich war in Thailand im Yoga-Center. Da haben viele Leute gefastet. Und da waren Leute, die haben 40, 50 Jahre normal sich ernährt von Industriekost, Fleisch und allem Möglichen. Die haben da das erste Mal gefastet. Die hatten ein totales Übergewicht auch. Und die haben trotzdem während dem sieben Tage Fasten zwei, drei Kilo höchstens verloren. Da geht der Körper dann erstmal, wenn es schon so voll ist, in den Schutzmodus praktisch und haut nicht alles gleich an Giften raus. Weil er sich wundert so, ich habe jetzt 50 Jahre, ja, nur was anderes bekommen und jetzt plötzlich sieben Tage gar nichts oder was. Dann lässt er nicht einfach alle Gifte raus. Der weiß, dass das völlig Überforderung wäre für den Körper. Und deswegen nehmen die dann auch so wenig ab während dem Fasten, weil, ja, obwohl sie sieben Tage oder so nichts essen. Weil einfach der Körper die Gifte noch behält, weil das viel zu krass wäre, wenn wir jetzt alles ausschalten würden. Und darum auch diese schrittweise, langsam herantasten, genauso mit dem Fasten. Da gibt man dem Körper die beste Chance, sich zu regenerieren, zu heilen. Er ist nicht mit Verdauung beschäftigt und kann sich komplett um die Regeneration, um die Ausscheidung von Giften kümmern. Und beim Fasten ist es genauso sowas, wo man merken wird, wenn man das erste Mal fastet, wird es einem unglaublich schwer fallen. Und umso reiner der Körper wird, umso sauberer, umso geringer, umso weniger Gifte man im Körper hat, umso leichter fällt einem das Fasten. Da ist es auch völlig wurscht, man nimmt dann nichts mehr ab beim Fasten. Vorher das, was man abnimmt beim Fasten, das sind nur eingespeicherte Gifte im Fettgewebe. Und deswegen nimmt man dann ab so. Am Anfang habe ich innerhalb von zwei, drei Tagen unglaublich das Gesicht zusammengefallen und gar nichts mehr drauf gehabt und Wangenknochen sieht man. Und dann, jetzt, wenn ich mal faste, dann ist es kein Unterschied vom Gesicht her. Es merkt keiner, wenn ich faste. Da geht nichts mehr runter, weil es einfach, es ist jetzt gesundes Gewebe, da sind keine Giftstoffe mehr drin. Und dann geht es auch nicht, dann verliert man nichts beim Fasten. Ja, der Körper wird dann viel effektiver und alles funktioniert besser, aber man wird eben auch sensibler. Das heißt, wenn man hier unten ist und irgendwo weniger Gifte im Körper hat und dann nimmt man aber was, dann isst man irgendwie was bei McDonalds oder was weiß ich. Dann wird man sofort krank und man kriegt einen Schnupfen oder irgendwas und der Körper will sofort die Gifte wieder ausscheiden, weil er die Energie sonst für hat, weil er sonst auf einem viel besseren Level ist. Aber wenn ich hier oben bin auf dem Level und ich esse dann irgendwie Industriekost, es ist wurscht, der entgiftet nicht der Körper, den Leuten schadet es nicht. Deswegen sind Leute dann auch viel sensibler, wenn sie sich gesünder ernähren. Ja, die Leute haben sich nur praktisch an die Gifte gewöhnt. Der Körper kann eh nicht mehr entgiften, weil er die Gifte immer gleich einlagert und dann spürt man gar nicht mehr, was dem Körper schadet und was nicht. Wenn man sich dann irgendwann länger von Rohkost ernährt, dann spürt man ganz genau, was dem Körper schadet und merkt sofort am nächsten Tag, dass man verschleimt ist und Schnupfen hat oder dass man sich nicht gut fühlt, Kopfschmerzen hat. Und da wird man dann auch immer sensibler und man wird irgendwann sogar so sensibel, dass man einfach merkt, wenn man zu viel Fett isst, dass man halt keine, man kann dann keine drei Avocados mehr essen. Oder, weiß nicht, man kann einfach nicht mehr so viel Nüsse und so Öle oder so essen oder irgendwie selbst Mero-Kost ist dann wirklich, da merkt man sofort, wie es einem schlecht geht am nächsten Tag, weil so viel gemischt ist und so viel Salz und Gewürze oder Fett mit drinnen oft. Und, ja, was ja auch sehr schön ist, dann das zu merken und dann hat man auch gar kein Bedürfnis mehr danach, das zu essen, weil es einem einfach schlecht geht danach und man weiß dann auch, dass es nicht gut ist für den Körper. Vorher merkt man das alles nicht mal. Er stopft sich rein, was man da hat, was es gibt, was jeder normal isst. Der Körper ist so voll mit Giften, ist eh nie am Entgiften. Keiner versteht so richtig, was Krankheit heißt, dass es überhaupt eigentlich die Heilung vom Körper ist. Und, ja, deswegen sind da so viele fehlgeleitet und denken dann auch, oh, nach zwei Jahren Rohkost bin ich dann krank geworden. Ja, die Krankheit ist die Heilung. Die Krankheit ist das Ausscheiden von Giften. Und, ja, je nachdem, wie man sich von Rohkost ernährt hat, wenn man vorher auch nicht gefastet hat oder Einläufe gemacht hat und irgendwie eine, ja, mit viel Essen eine Rohkost gemacht hat und viel Gourmet-Rohkost, dann fängt die krasse Entgiftung, die starke Entgiftung, fängt dann auch erst nach zwei Jahren oft an. Und, ja, und dann sind die Leute verwirrt und denken, oh, warum nach zwei Jahren, warum werde ich da jetzt krank und so. Ja, weil dann erst die großen Mengen Gifte ausgeschieden werden. Da drin liegt es eben. Und, ja, sich davon nicht beirren lassen und dann, ja, lernen, was Reinigung heißt, was heißt dem Körper die Chance und die Ruhe zu geben, sich zu heilen. Ja. Das soll ich heute mal loswerden. Ich hoffe, das hat einem weitergeholfen. Macht's gut, Leute. Ciao. Okay, wenn euch das Ganze mit dem Rohkostreinigungsweg, mit der Entgiftung, mit der Reinigung des Körpers und wie man die Gifte ausscheiden kann, ausleiten kann, wenn euch das Ganze genauer interessiert, dann ich habe unter dem Video einmal und hier in der Box werde ich es nochmal verlinken, einen Videokurs dazu, wo ich das Ganze genauer erkläre, wirklich. Ich habe auf einer externen Seite auch einen Videokurs zur Umstellung auf Rohkost, den könnt ihr euch einfach kostenlos anschauen, komplett. Und es gibt auf der Webseite auch einen Videokurs zur Entgiftung, Entschlackung, Ausleitung. Ich erkläre genau, wie das Ganze dann abläuft da. Und, ja, Gesundheit kann echt so einfach sein. Man muss nur die Hintergründe wissen und es ist nichts Kompliziertes. Jeder kann das lernen für sich und jeder merkt, dass es so funktioniert. Und wenn man die Theorie mal verstanden hat und es verinnerlicht hat und dann auch sieht, dass es mit der Praxis übereinstimmt, was jeder an seinem eigenen Körper feststellen kann. All diese Nährstofftheorien, Kalorientheorien, das sieht man eigentlich sofort, wenn man wirklich auf die Erfahrung achtet und schaut, was mit manchen Leuten passiert, obwohl sie Unmengen an Kalorien essen. Manche Leute essen nichts an Kalorien, nehmen trotzdem nichts ab oder nichts zu oder die anderen nehmen total viel zu. Das sind Theorien und die hauen vorne und hinten nicht hin. Es hat mit der Praxis nichts zu tun. Und Vergiftung, Entgiftung, wieder diese Toxämielehre, Entschlacken, diese Entgiftung, das zu lernen, diesen Rohkostreinigungsweg zu gehen. Da wird man wirklich kennenlernen, so was Gesundheit heißt, was die Bedeutung überhaupt von Krankheit ist. Und man geht in die Selbstverantwortung und weiß, dass man eben Selbstverantwortung hat und das alles beseitigen kann. Und es geht alles weg. Jede Krankheit. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich meine, Krebs, so viele Leute haben Krebs und Rohkost gehalt. Und es ist eigentlich kein Geheimnis, jeder, der sich da mal informiert. Ja. Man muss halt nur wissen, warum das funktioniert. Und ja, was die eigentliche Ursache ist, dass das Ganze funktioniert. Dass es alles nur eine Entgiftung ist. Und die Krankheit eben die Heilung dadurch ist, weil der Körper probiert, die Gifte loszuwerden. Ja. Also, wenn euch das Ganze interessiert, könnt ihr in den Videokurs reinschauen. Und ja, da habt ihr es nochmal alles komprimiert und zusammengefasst. Ja. Ansonsten bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.